Mein Name ist Lisa. Ich stamme aus dem Dorf Lupu. Ich will unbedingt Ärztin werden. Du hämmerst an meinem Tor, weil du armselige Bauern mit Hühnerblut beschmieren willst. Verwechselt mich nicht mit einer Hexe. Das machen sowieso schon alle anderen da draußen. Ich glaube an die Wissenschaft, aber ich muss mehr wissen. Ich habe alle anderen Möglichkeiten erschöpft und man sagt, der Mann, der hier wohnt, hätte geheimes Wissen. Ich bin Vlad Dracula Zeppes und ich empfange nicht sehr oft Besucher. Was bietest du mir als Gegenleistung für mein Wissen? Lisa aus Lupu. Ich kann euch vielleicht ein paar Manieren beibringen. Du bist definitiv anders als die meisten Menschen, die mir in letzter Zeit untergekommen sind. Vielleicht kann ich euch beibringen, Menschen wieder zu mögen. Oder sie wenigstens zu tolerieren. Oder zumindest nicht mehr aufzuspießen. Das mache ich schon seit langer Zeit nicht mehr. Wo liegt das Dorf Lupu genau? Ihr könnt wohl nicht reisen. Ich kann sehr wohl reisen. Das ganze Schloss ist eine Zeitreisemaschine. Doch, ihr tut es nicht. Oder? Probiert es mal aus. Die Welt verändert sich nämlich. Reist herum wie die Menschen. Ihr mögt es vielleicht. Ich kenne dich jetzt seit zwei Minuten und schon verlangst du von mir auf Erden zu wandeln. Wie ein gewöhnlicher Bauer. Während ich das Wissen der Unsterblichen an dich weitergebe. Die wahre Wissenschaft. Schafft.